In diesem Blog geht es um Psychologie und um psychologische Inhalte und heute geht es um das autogene Training, um eine geführte Entspannungsreise. Macht es euch bequem oder legt euch hin auf einen Ort, wo ihr euch wohl fühlt, entspannen könnt, möglicherweise allein seid und folgt mir in die Entspannung. Einmal kurz einatmen, tief ausatmen, entspannt das Gesicht, fühlt in euren ganzen Körper, in die Füße, in die Beine, in den Bauch, in den Brustraum und in die Arme. Das Gesicht ist entspannt. Dann konzentrieren wir uns auf den rechten Arm. Der rechte Arm ist angenehm schwer. Der rechte Arm ist angenehm schwer. Der rechte Arm ist angenehm schwer und auch das rechte Bein ist angenehm schwer und das linke Bein ist angenehm schwer. Der ganze Körper wird angenehm schwer und wir sind ruhig und gelassen. Der rechte Arm wird angenehm warm. Der rechte Arm wird angenehm warm. Der linke Arm wird angenehm warm. Der linke Arm wird angenehm warm. Das rechte Bein wird warm und das linke Bein. Der ganze Körper ist angenehm schwer und angenehm warm und wir sind sind ruhig und gelassen. Die Atmung ist gleichmäßig und ruhig. Die Atmung ist gleichmäßig und ruhig. Die Atmung ist gleichmäßig und ruhig. Jede Ausatmung vertieft die Entspannung, vertieft die Ruhe. auch der Puls ist gleichmäßig und ruhig. Der Puls ist gleichmäßig und ruhig. Der Bauch wird strömend warm. Bauch strömend warm. Die Stirn angenehm kühl. Es fühlt sich an, als ob ihr einen Lufthauch spüren würdet. Stirn kühl. Der ganze Körper ist schwer und warm. Die Atmung ist ruhig. Jetzt könnt ihr euch nach geliebem vertiefen. Beispielsweise in die Atmung oder in die Schwere. Je nachdem, welches Gefühl ihr noch verstärken wollt. Am Schluss nehmen wir uns langsam wieder zurück. Kommen wieder ins Hier und Jetzt. 3, 2, 1, Arme fest, tief atmen und Augen auf.